Hallo aus dem Studio in Köln. Ich freue mich heute, Klara an meiner Seite begrüßen zu dürfen, die im Vorstand der Jugend für das Leben aktiv ist. Hallo Klara, schön, dass du heute da bist. Hallo, ich freue mich sehr. Klara, ganz grundsätzlich, was ist Lebensrecht und was will es? Lebensrecht möchte eben den Schwächsten in unserer Gesellschaft die Möglichkeit bieten, die Stimme für sie zu erheben und genau das Leben der Ungeborenen zu schützen. Ich habe es eben gesagt, du bist im Vorstand der Jugend für das Leben. Gleich mehr zur Organisation, zunächst mal zu deiner Motivation. Wieso setzt du dich als so junger Mensch aktiv für das Lebensrecht ein? Ja, ich habe gemerkt, dass die Gegenposition einfach sehr laut geworden ist und ich eben wichtig finde, dass unsere Position genauso laut wird und habe einfach gemerkt mit dem Alter, dass ich eben meine Meinung auch nach außen tragen darf. Das heißt, dass wir auch den Platz einnehmen, um unsere Botschaft auch in die Gesellschaft zu bringen. Kommen wir zur Organisation, zur Jugend für das Leben. Wer ist das? Kannst du uns das kurz erklären? Die Jugend für das Leben ist eben die Jugendorganisation der Alpha, Aktion Lebensrecht für alle. Und die bietet eben auch Frauen im Schwangerschaftskonflikt ein Gehör und möchte eben Unterstützung bieten. Und wir als die Jugendorganisation möchten uns eben auch stark machen und auf diese Hilfsmöglichkeiten hinweisen. Und wie können wir uns eure Tätigkeit oder eure Aktion konkret vorstellen? Also wir haben konkret zwei Bereiche. Die Jugend für das Leben. Wir haben einmal die Bildungsarbeit, in der wir eben in Schulen gehen, Schüler eben aufklären über das Leben und wann es auch beginnt mit Präsentationen und einem Austausch. Und dann haben wir noch unsere Öffentlichkeitsarbeit, einmal Social Media natürlich. Da sind wir sehr präsent auf Instagram, auch auf Facebook. Und ja, da möchten wir einfach auf uns aufmerksam machen. Und zur Öffentlichkeitsarbeit gehört eben auch der Marsch für das Leben. Der ist einmal im Jahr in Berlin, jetzt auch neu in Köln und auch in München. Und genau, dann haben wir auch noch die Pro-Life-City-Touren, in denen wir eben Passanten ansprechen und ihnen Rosen verteilen und eben so auf uns aufmerksam machen. Du hast es schon angesprochen, die Pro-Life-City-Touren. Als Vorstand bist du wahrscheinlich schon oft mitgegangen, kommst mit vielen Leuten ins Gespräch. Was ist deine Einschätzung? Wie denkt die Gesellschaft? Wie denken vor allem die jungen Leute über das Thema Abtreibung? Ich muss sagen, dass die Gesellschaft eben sehr darauf fokussiert ist, die Selbstbestimmung beizubehalten. Aber sie vergessen halt eben oft, dass die Kinder eben auch das Recht haben, über sich zu bestimmen und ein Recht auf der Welt zu sein. Egal wie alt sie sind, in welchem Stadium oder genau, was sie auch für Schwächen vielleicht haben. Und ja, das finde ich wichtig eben in die Welt zu tragen, dass die Menschen nicht vergessen, dass wir alle einzigartig sind. Und auch jedes Wesen, was so entsteht, eben schon da ist und eben seine Einzigartigkeit behält. Es braucht dann einfach nur die Entwicklung, die Entfaltung, bis dann der kleine Mensch schon heranwächst, um dann tatsächlich auch geboren zu werden. Aber der Mensch, das Potenzial ist ja da. Man hört öfter von der Pro-Life-Generation. Wer ist damit gemeint und was macht die eigentlich aus? Die Pro-Life-Generation möchte sich eben stark machen für das Leben. Wir möchten laut sein, wir möchten Freude nach außen strahlen und eben die Leute mit unserer Lebensfreude anstecken und zeigen, dass das Leben wertvoll ist. Hast du persönlich schon das Gegenteil erlebt, also Gegenwind? Und wie gehst du damit um? Also so stark habe ich es tatsächlich noch nicht erlebt. Natürlich auf dem Marsch für das Leben, da ist es schon so, dass die andere Seite sehr laut schreit und gegen einen ist. Das merkt man, aber es ist eine gewisse Anonymität da. Und genau, sonst im Freundeskreis habe ich natürlich Leute, die anderer Meinung sind. Aber wir sind dann einfach im Diskurs und versuchen uns gegenseitig zuzuhören. Was wünscht ihr euch für die Lebensrechtsarbeit in der Zukunft? Wir möchten im Diskurs bleiben und die Menschen einfach anstecken mit unserer Lebensfreude und eben zeigen, dass das Leben wertvoll ist. Dass die Menschen uns auch zuhören und nicht nur gegen uns schreien und sagen, dass wir frauenfeindlich wären oder sonst was. Und eben auch dem Mama seinen Zuspruch schenken. Denn jetzt wird es eben angesehen wie eine Krankheit oder etwas Negatives. Dabei ist es so etwas Schönes und Wertvolles und ein Riesengeschenk, dass das Kind eben da ist. Wirklich ein Geschenk, das Leben weitergeben zu können als Frau. Du hast es eben schon kurz angesprochen, die Märsche für das Leben. Wie wichtig sind die? Wie schätzt du das ein? Und was erwartet ihr euch davon? Also mir persönlich sind sie sehr wichtig. Also mir geben sie so eine gewisse Motivation, weil man läuft in der Masse zusammen für dasselbe. Wir haben alle dasselbe Ziel und möchten uns eben stark machen für das Leben. Und man kommt in Austausch. Man kann eben Gleichgesinnte finden, was man vielleicht im Alltag nicht so immer präsent hat. Weil man manchmal auch denkt, dass man alleine ist. Und wenn man eben zum Marsch für das Leben geht, spürt man einfach so eine Freude. Und man weiß irgendwie, man ist auf der richtigen Seite und setzt sich für das Richtige ein. Clara, zum Abschluss. Was kann der Einzelne denn jetzt tun, wenn gerade keine Märsche stattfinden? Wie kann man sich aktiv im Lebensrecht einsetzen? Natürlich könnt ihr euch stark machen auch bei uns und euch einfach bei uns melden und bei den Pro-Life-City-Touren mitmachen oder auch bei den Märschen für das Leben, die jedes Jahr stattfinden in verschiedensten Städten. Und zusätzlich könnt ihr natürlich auch immer im Diskurs bleiben und euch umhören und eben auch ein Zeichen setzen in euren Freundeskreisen, wenn ihr hört, dass alle Menschen theoretisch gegen eure Meinung sind. Aber wenn ihr stark bleibt und eure Meinung vertritt, könnt ihr auch ein großes Zeichen setzen. Und wenn ihr eben im Gebet verbunden bleibt mit allen, die auf unserer Seite stehen, könnt ihr auch ein großes Zeichen setzen. Vielen Dank, der Clara, für die schönen Antworten, auch für die Eindrücke der Arbeit der Jugend für das Leben. Sehr gerne. Vielen Dank, der Clara, für die Eindrücke der Arbeit der Jugend und die Eindrücke der Arbeit der Jugend und die Eindrücke der Arbeit der Jugend. Vielen Dank.